So, startest du perfekt in jede Abiprüfung. Willkommen zurück Abiturathleten, hier ist Leo, dein Abiturcoach und unser gemeinsames Ziel ist dein Traumabitur. Und für, so sag ich mal, mindestens die Hälfte von euch stehen jetzt die Abiprüfungen frisch an oder fangen gerade an. Ich weiß, dass es auch ein paar Bundesländer gibt, die schon durch sind und die immer wieder in den Kommentaren schreiben, warum hast du das Video nicht zwölf Tage vorher hochgeladen, warum hast du das Video nicht einmal vorher hochgeladen. Ich weiß, ich weiß, ich weiß, es tut mir leid. Ich bitte euch nur jetzt in diesem Video, wenn ihr Abi schon gemacht habt, anstatt euch darüber zu beschweren, dass dieses Video für euch zu spät kam, teilt doch lieber gerne mal eure Erfahrungen über das Abitur mit den anderen, damit die noch besser drauf vorbereitet sind. Wäre auf jeden Fall eine mega coole Aktion für euch, wenn ihr euch da die Zeit nehmen würdet und ein bisschen einfach eure Erfahrungen teilt, das ist für die anderen super wertvoll und die lesen sich das auch super gerne durch. Jetzt für all diejenigen, die noch mindestens eine oder für viele auch noch alle Abiprüfungen vor euch haben, jetzt hier ganz konkret, wie kannst du bestmöglich in jede Abiprüfung reingehen. Und ganz, ganz wichtig, dieses Reingehen in die Abiprüfung, damit meine ich nicht nur die letzten 30 Minuten, sondern es fängt schon am Tag davor an. Es fängt eigentlich auch schon die Woche und vielleicht den Monat davor an. Das heißt, je näher die Abiprüfung kommt, desto mehr Fokus solltest du darauf legen, wie siehst du diese Abiprüfung eigentlich wirklich. Also freust du dich darauf oder hast du Angst davor? Das ist super entscheidend, weil wenn ihr die ganze Zeit nur lernt, 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 lernt und dann auf einmal aufwacht und so verdammt, morgen ist Abi und dann hast du so ein verdammt, 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 dann ist es extrem herausfordernd, auf die Schnelle noch mit deinen Emotionen umzugehen. Wenn du dir aber im Vorhinein schon bewusst machst, ey, da kommt diese Abiprüfung und dann auch nicht gleich in Panik verfesten, jeden Tag einfach nur denkst, oh mein Gott, oh mein Gott, ich muss lernen, ich muss lernen, ich muss lernen, sondern, okay, Prüfung, vier Stunden lang, sauerwichtig für meine Zukunft, ich kann mich jetzt noch darauf vorbereiten, dann werde ich die rocken. Also da einfach auch Schritt für Schritt, Tag für Tag, immer wieder deine mentale Einstellung der Prüfung gegenüber zu verändern, weil nur das sorgt halt wirklich dafür, dass du dann am Tag der Prüfung auch wirklich dich gut darauf fühlst. Und dann natürlich auch der Tag vor der Abiprüfung, der ist nochmal so entscheidend. Ich würde euch sogar empfehlen, die Woche davor, also die drei, vier, fünf Tage davor, stellt euch jeden Abend und jeden Morgen diese Abiprüfung möglichst gut vor, dass du wirklich einfach im Kopf hast, ey, ich fühle mich gut, ich gehe in die Prüfung rein, ich kann alles, ich gehe das durch, auch wenn die Aufgabe mal schwieriger ist, ich bleibe trotzdem dran, löse die irgendwie, ich gebe dann ab und fühle mich glücklich. Ja, also wirklich einfach dieses immer wieder sich eintritt, dass es gut wird, dass es gut wird, dass es gut wird, dass es gut wird, weil dann wird es meistens auch gut. Ja, aber wenn du natürlich mit der Erwartung schon reingehst, boah, ich werde sowieso voll verkacken, guess what, du wirst voll verkacken, weil du selbst erwartet hast. Und deswegen, Prime, sagt man in der Psychologie, aber quasi, stell dich selbst schon von vornherein darauf auf, dass es gut wird. Ja, weil das hilft dir auch viel entspannter in die Prüfung zu gehen, weil du davon ausgehst, dass es gut wird, anstatt dass es eine komplette Katastrophe wird. Und dann, speziell der Abend davor, beziehungsweise auch der Nachmittag davor, mach da bitte nichts Aufwendiges mehr, ja nichts mehr groß denken, auch nicht mehr groß lernen, außerdem ihr seid mega spät dran, dann von mir aus noch ein bisschen, aber wirklich, versucht mit dem Kopf runterzufahren, redet nicht mehr mit irgendwelchen Leuten und macht euch gegenseitig verrückt, sondern, wie gesagt, geht spazieren, lest vielleicht ein entspanntes Buch, nicht mal das, würde ich euch empfehlen, macht vielleicht noch ein Powernap, meditiert, geht duschen, ihr sitzt in der Gegend rum, wirklich alles, wo ihr einfach nur existiert, das ist eigentlich so mit das Beste, nur soll es nicht so sehr sein, dass es euch so sehr langweilig ist, dass ihr komplett verrückt werdet, weil ihr denkt, morgen habe ich, habe ich, habe ich, ja, geht dann auf jeden Fall auch rechtzeitig schlafen, ja, da auch ganz wichtig, wenn es auf die Abi-Prüfung zugeht, dann geht es nicht mehr darum, irgendwo noch 30% rauszuholen oder mit irgendwelchen fancy Tricks noch, noch irgendwie eure Gehirnkapazität zu boosten oder sonst irgendein Quatsch, sondern es geht nur darum, es euch nicht mehr zu vermasseln, ja, ihr müsst, über die Vorbereitung schafft ihr es, dass ihr am Ende, am Abend vor der Prüfung, bestens vorbereitet seid, ja, und wenn ihr bestens vorbereitet seid, dann müsst ihr nicht noch etwas hinzufügen in Form von Superfood oder mehr Schlaf, weniger Schlaf, Kohlenhydrate, Atemtechniken, ihr müsst nichts mehr hinzufügen, ihr müsst nichts mehr hinzufügen, ihr müsst nur dafür sorgen, dass die, die Vorbereitung, die ihr vorgenommen habt, dass ihr die auch abrufen könnt, ja, und, ähm, deswegen unbedingt, unbedingt, unbedingt keine Späßchen mehr, ja, nicht noch, nicht irgendwie anfangen, boah, ich esse jetzt noch das oder ich schlafe mehr, ich schlafe weniger, ähm, sonst irgendwas, mach nur die Dinge, die ihr sowieso die ganze Zeit schon gemacht habt, ganz spannend, geht pünktlich schlafen, ja, da geht es einfach nur um die absoluten Superbasics, geht pünktlich schlafen, schlaft lange, wie ihr es gewohnt seid, obwohl ihr auch wisst, danach seid ihr fit, steht auf, macht morgens nichts Crazies mehr, ihr habt eure Sachen schon gepackt, die ganzen Basics, auf die kommt es in diesem Moment an, und dann wirklich auch, ähm, mit deinen Eltern schon vorher absprechen, wie wollt ihr den Morgen handhaben, willst du mit deinen Eltern sprechen, bringt es dich runter, macht es dich eher verrückt, wenn deine Eltern, ähm, noch irgendwas sagen, ja, sprech das mit denen ab, dass sie sich auch gleich daran halten können, weil deine Eltern, die wollen ja auch, dass du, ähm, zufrieden mit deiner Abi-Prüfung bist, ja, dass du da gut reingehst, und die sind vielleicht dann auch vor Unsicherheit, wie sie überhaupt mit dir umgehen sollen, am Tag der Prüfung, deswegen klärt das davor schon ab, was möchtest du, was hilft dir, ja, das ist wirklich auch der Weg zur Abi-Prüfung, all diese Sachen, dass das einfach klar ist, dass du da keinen Gedanken mehr reinverstanden musst, dass du im Prinzip von dem Punkt, wo du aufwachst, bis dahin, wo du wirklich auch in die Prüfung gehst, einen ruhigen Kopf bewahrst, ja, das heißt, du musst dich auch nicht davor zwangsläufig noch mit krasse Musik pushen, kannst du gerne machen, aber musst du nicht, ja, du musst auch nicht, ähm, noch irgendwelche Mantras aufsagen, sonst irgendwas, einfach, einfach nur focus bleiben, einfach nur focus bleiben, und dann vor allem, das ist das Allerwichtigste, und das kann ich in nicht genug Videos sagen, wenn du vor diesem Raum der Abi-Prüfung stehst, bitte einfach mit niemandem interagieren, nicht mit deinen Freunden reden, nicht irgendwas nachfragen, einfach Kapuze auf, Kopfhörer rein, und einfach für dich sein, weil das Schlimmste, was passiert, ist, du denkst, du bist gut vorbereitet, auf einmal sagt irgendwer irgendein Fachbegriff, den du noch nie gehört hast, und denkst dir, fuck, ich bin nicht vorbereitet, du gehst rein, die erste Aufgabe ist ein bisschen schwieriger, und du verlierst den ganzen Glauben, du schmeißt sofort hin, ja, deswegen bitte, 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 bereite dich so gut vor, wie du vorbereitet sein kannst, und ab dem Zeitpunkt, wo du sagst, okay, bis hierher ging meine Vorbereitung, morgen ist jetzt mein Abi, ab dem Zeitpunkt fragst du niemanden, 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 wie das geht, wie das geht, wie das geht, ob du das gelernt hast, ob das dabei wird, ob das drankommt, yo, du weißt einfach so viel, wie du weißt, und das ist die bestmögliche Vorbereitung, die du hättest vornehmen können, und mit diesem Gefühl, ja, mit diesem Gefühl, ganz konzentriert, ganz fokussiert, gehst du dann auch in die Abi-Prüfung, und dann machst du einfach dein Ding, du guckst nicht links, du guckst nicht rechts, du denkst nicht, oh mein Gott, es ist umschlag, du machst einfach nur dein Ding, ja, weil du hast dich gut vorbereitet, du hast es verdient, gehst auf deine Leistung abzurufen, hol dir die Note, die dir gehört, ja, und lass dich nicht von links und rechts ablenken, bleib auf deinem Weg, und dann wirst du im Endeffekt auch die Note bekommen, die wirklich dazu führt, dass du auch dein Traum-Abi bekommst, ja, also in diesem Sinne, denk dran, ich glaub mir nicht, wir sehen uns im nächsten Video, dein Leo. I wanna know, what the fuck is a team? Nobody gonna work harder than me, especially if it's my dream, I can't let none of these looks in a vein, no, my city's blessings I can't even see, praying that I get to breathe, yeah.